Es ist wohl die schwierigste Frage der Welt. Wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? In einem Wald voller Bäume, ein kleiner Spross, in der Herde kämpfend mit der Einzigkeit, eine Reisende im Kampf mit sich selbst, auf einem Weg voller Fragen. Ich bin Umut Güngördi, 31 Jahre alt. Ich erzähle Geschichten über andere Menschen. Hier ist mein Zuhause. Oder ist es doch die Welt? Mein großer Traum ist es, meine eigene Geschichte zu erzählen und damit mein Selbst zu finden. Während meine Träume über den Wolken schwebend und fliegend ein Kinderspiel zu sein scheinen, ist das einzige Hindernis mein innerer Zweifler. Es ist an der Zeit, den Zweifler in mir verstummen zu lassen und mich mit meinem Kämpfenden Selbst auf die Reise des Mutes zu begeben. Mein Mut sucht seinen Mentor. Bist du meine Zukunft und das Ziel meiner Reise? Sind wir gemeinsame Gefährten auf diesem Weg? Ich bin Umut Güngördi. Und wer bist du? Ich bin Umut Güngördi. Ich bin Umut Güngördi. Untertitelung des ZDF, 2020